Das ist nicht mein Gott. Ebenmal, da geht's auch noch oben. Alle miteinander. Cousin, du hättest, du hättest, du hättest noch oben. Jawohl. Verziehe, den kannst du noch, hey. So. Auf einem, auf einem Dorf ist Teiche schwamm selange eine Leiche. Sie schwamm links, sie schwamm rechts, sie war weiblich händisch rechts. Der Arsch war vermost. Prost! Das ist der Doppel, du hättest. Jawohl. So, zu den nächsten jetzt, hey. Brauch ich gar nicht viel zu sagen. Sie waren in Amerika, sie waren in Asien, sie waren überraschend auf der Welt. Diesmal sind sie dreimal der Marode in Russland. Typisch, typisch russische Namen. Und zwar Katsche und Babet. die Doppel. Das ist ja so, die Doppel, das kommt jetzt p願. Da, ist ja so, wenn man lostlıkos, kommt jetzt weg, hey. Ja, das darf doch jetzt nicht, wo er sein. Ja, bin ich im falschen Film, oder was? Moment. Moment, das hätten wir gleich. Jetzt so. Sehr geehrte Bobbitt, sehr geehrte Kotsche, herzliche Einladung zum Staatsbesuch nach Moskau. Angemessene Kleidung erforderlich. Ihr Stefanowitsch. Ja, und wieso Leidung, Herr Deppich? Das müsst nicht unbedingt ein Rohrer sein. Ich wäre bei mir immer schwarzen, so früher. Aber angemessene Kleidung. Ja, was versteht dann die unangemessene Kleidung? Dann habe ich gedacht, für mich so, Bobbitt, da ziehst du dir mal ein paar frische Hunderhosen an, dann kann doch nichts schief gehen. Ja, aber, haben wir meine Kotsche schon gesehen? Und die wir doch nicht dazu verpasst haben. Ja, ich bin nämlich mit der transsylpanische irische Eisenbahn-Hunger. Du, die hat genau vor dem Eingang gehalten. Kotsche! 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 Komm, 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 rufe zum, vielleicht, vielleicht witziger Weg nicht. Kotsche! Ja, ich bin doch schon tot und rennst und rennst. Ich habe aus dem Bauhof nie mich gewinnt, wie ich. Und dann habe ich keinen Parkplatz-Budel von meinem alten Porsche. Lieber Heide! Und jetzt mit dem? Komm, komm, mein Stamm, mein Schwach! Und der Nr-3! Dein Schwäger! Also, Spaß doch! Jetzt mal ein, der Obrechen vom Schwach-Porsche! Bravo! Bravo! Sie sprachen, Männer sind wie Wolken. Ihr Erster lassen sich verzichten, je schien er mal da. Ja! So, und jetzt komme ich wohl mein Porsche. Lieber Heide! Bring euch ehrlich, bring mir meine Porsche! Willst du trinken Wodka? Ja! Gut, wir müssen sich schneller! Kotsche! Ja! Ja! Ja, ich habe gedacht, wenn ich jetzt in Moskau komme, und dann reiche Russen, und ich halte mich jetzt... Ja! Ja, das ist so! Ja, guck mal, ich doch einmal dir! Ja, wieso bist du das abgemacht? Ja, das ist scheiße, wie du auch noch rumstod! Das kann ich jetzt von der nicht behaupten! Ja, wieso? Ich mache doch schon eine Diät! Was machst du? Eine Diät! Eine Diät? Ja! Wie geht denn die? Ich mache eine Blitz-Diät! Eine Blitz-Diät? Ja! Ja! Ja, ob's auch! Wie geht's denn? Auch wenn's blitzt! Es ist nix für ihn! Aber da kommt man ganz schön spitze, kann ich auch sagen! Ja! Wenn man dauernd's blitzt! Ja! Also... Tja! Hau weg! Was hältst du denn mit den E-Rollern? Nix! Wieso? Es hat doch gar keine Führerschein! Nix! 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 Er kann schon wissen! Und da ich ja keinen Führerschein hab! Hab ich ja die Einladung angenommen! Da hat man können wählen! Entweder mit der eigenen Anreise oder mit dem Ziegel! Ja! Mit dem Ziegel! Ach, ich bin da nicht die trans-imperisch-alpanische Eisenbahn! Ja, ich hab's gemerkt! Jetzt bin ich Marsch verschwunden! Und ich? Ich hab dich überhaupt gleich jetzt gefunden! Ah, bis ich einen Parkplatz hab für meine Porsche, den muss ich doch überall mitnehmen! Aber du wärst doch besser! Wir sind ja ganz Nacht gefahren! Ah, ja? Und dann... Ich hab das letzte Schlafabteil gekriegt! Hä? Ich wär verrückt! Du hast eine Schlafabteil gekriegt! Und ich? Aber du... Aber du, das hab ich mir nicht mehr mit einem fremden Menschen stellen! Sag bloß! Mit was für einem? Oh Gott! Mit einem wunderschönen Mann! Mit einem... Ehrlich? Ehrlich? Oh Gott! Hat er gut ausgesehen! Dann hat er gesagt... Hast du dich angegriffen? Sie... Wenn wir schon miteinander abteilen, möchte ich mich gerne vorstellen... Landesabgeordneter vor Alexander... Aber sie dürfen Alex zu mir sagen! Ja und dann hast du mich selbst gedacht... Was sagst du denn jetzt? Wie stellst du dich dann vor? Hab ich gesagt... Angenehm! Ich bin die Papette von Bruchweiler! Im Bürgermeister sei Aschenständin! Aber... Mach dir nichts draus zu mir! Kannst du Babette sagen! Ach Gott! Katja! War ich im Gericht! Ehrlich? So was schon! Und? Oh! Hat's geklappt? Du! Dann hat er gesagt... Babette! Wo willst du denn schlafen? Puh! Weißt du? Dann hab ich sie gesagt... Geh doch so! Ich hab die Haare schon gekriegt auf! Dann hab ich gesagt... Ohne wieder heim! Und dann... Dann hab ich das allein... Der hat dann aufgegraben... Hat sich doch so übermischt gelegt... Und lieber... Gekatschen... Wir sind da und dem Kopf... Und ich konnte das nicht sagen... Ja und dann hast du... Ich hab so kalte Fies gericht... Kalte Fies... Kack! Nach einer halben Stunde hab ich zu ihm gesagt... Alex... Jetzt schmär bitte die Dekol... Ich hab so kalte Fies... Ja und dann hat er deine geholt? Nix! Nicht? Hat sich nix geriert... Kein Volk, hat er gesagt! Ich war wahnsinnig... Ich war der Gang in den... Nach einer Stunde... Hab ich gerufen... Alex... Ich hab so kalten... Ich hab so kalten... Spändigen Dekol... Färbel hat er von oben runter gerufen... Bawet! Ich hab eine ganz andere Idee... Jetzt machen wir wohl... Wie wollen wir schon 30 Jahre mit... Anverein werden? Oh! Oh! Und dann? Und er hat gesagt, Moment, genau das holt er endlich selber. Ich hab schon aufgestellt und willst du nicht kommen? Ja, ich wollte einfach nicht kommen. Weisst du, ich hab ja so aufgestellt. Weisst du, was passiert? Passiert? Alle haben nicht passiert. A gut gehört hast am Radio, Pfennsee überall. Weltuntergang, Weltgedunner, Weltgedunner. Ja, meinst du, hab ich noch Lust vor Russland zu fahren? Ich wollte daheimbleiben. Jetzt hab ich gedacht, kannst du schon runtergehen? Will ich daheim sein? Das hab ich ja gar nicht gekriegt. A was? Das war doch im Mahlerkollener gestanden. Was? Ah, den kenn ich ja gar nicht. Also ich hol mein Kalender in mein Puttall in der Appetee. Ja, ja. Aber du, wie ich die letzte Stunde war, warst du was vollständig da? In der Appetee? Ah, da war ja ein Aufstand da unten. Also, also ich muss dir jetzt mal was erzählen. Bauer, mein Sepp hat mich dir so geärgert. Da war, ich hab dich hätte geniehmert. Eines Tages bring ich deine um. Da schritt mich noch zur Weißglut. Eines Tages, ich mach das nicht. Doch. Hä? Die Kunde ist ja gnasch. Hab mich schon da stehen in der Zeirung. Ein Katscher hat mir ein Sepp umgebracht. Warte schon. Du, da hat mich so ein Narrisch gehabt. Ich hab so ein Kopf gehabt. Bin ich auf Bundau gefahren in der Appetee. Aha. Da hab ich zu derer, derer Krohkimmelchen noch. Ah, zu derer Krohkimmelchen noch. Ja. Zu derer hab ich gesagt, Sie hat gerne im Päckchen Kuppeltabletten und ein Päckchen Zyankali. Was? Zyankali? Jawohl. Und ein Päckchen. Das kriegt man doch nicht gerade so. Ah ja. Oder? Das hat sie ja gesagt. Sie hat gesagt, Frau Katscher, Kuppeltabletten kann ich sie nicht geben. Aber Zyankali, wir brauchen sie Rezept. Oder bescheidlich, und das kann man nicht gerade so. Die Herr Gäber. Ja, ich hab mein Geldbeil aufgemacht, hab ein Passbild rausgeholt von meinem Sepp und hab sie ihn eingelegt. Da hat sie gesagt, ja, Katscher, die Sintzerkine gleich sagen, dass er Ausweis dabei hält und die Rezepte noch dazu. Aber ja, Katscher, so sind sie halt. Die Männer machen doch nichts draus. Was? Ich hab ja mit meinem immer nur drauf wegen dem Sport. Was? Du weißt doch, dass ich eingefleischt der Lauterfeld bin. Ah, ich ja? Zu denen halt ich, ob sie in der ersten Liga spielen, in den zweiten oder in den dritten, die ist mir gerade egal. Und mein Tolle, dass ich so nicht mich an Bayern decke. was? Oh! Bayer? Was? Bayer? Nichts? Ja! Und weißt was, das letzte Herr gekommen hat er gesagt, man weiss, ich hab mich pedoviere losse. Was hat er sich? Pedoviere losse. Dann hab ich gesagt, zeichne mal wohl. Kein doch. Ah ja, zeichne wohl, was du gemacht hast. Ja, nicht auf, ich bin nicht los da. Der hat so rein geahnt auf. Und wenchen? Du, stellst ja sich vor, da hab ich gemacht Hosen ab, hab ich halt heute Schlag getroffen. Dann hat er gesagt, Bobet, kennst du denn da auf meinem liebens Oberschenkel? Ja, hab ich gesagt, dann kenn ich nicht mehr, ich weiß. Dann hat er gesagt, das ist der Stürmer von Bayern, Robben. Dann hat er gesagt, Katze, Katz Bobet, kennst du? kennst du den da auf meinem rechten Oberschenkel? Hab ich gesagt, kenn ich nicht mehr, ist das? Dann hat er gesagt, das ist der Ripperie. Hab ich gesagt, kenn ich nicht mehr, hab ich gesagt, aber den nicht mehr, den kenn ich, doch nicht genau. und ich nicht mehr, der muss auch sein. Ja, jetzt mal was anderes. Da einer hat doch schon fast ein ganzes Lundes... Oh, oh, Jeses Mal, erinnere mich nicht. Ich... warte mal, warte mal ein Moment, ich muss schnell was denken, ich bin ganz trug in den Holz. Dann sind wir in Russland, Melli, ich muss auf in der Öffentlichkeit. Alles schön, das machen wir doch der Herr Ehm! Weiß! Du weißt doch, dass er vor einem Jahr den Rentenantrag gestellt hat. Ah ja? Und kurz vor der Fasnacht hat er Bescheid gekriegt von der Kreisverwaltung. Er muss reinkommen, sein Rentenbescheid abholen und unterschreiben. Ja, ich bin gespannt. In der Fasnachtzeit! Ganz kurz vor der Fasnacht. Du könnt schon, mein Sepp, den ganzen Tag hoch die Fasnacht. Ja, und dann hat er immer am Rosenmontag hier kommen. Dankeschön! Du musst mich jetzt auf Kreisverwaltung fahren. Ich muss meine Renten unerfreien. Er ist tatsächlich heilig Rosenmontag. Scheißegal! Für meine Renten! Woher hast du noch gefahren? Was will ich hier machen? Der macht mich doch Nachrichten, die ich nicht mache, was er sagt. Wer noch? Die Marktbärme sind jetzt gefahren. In die Kreisverwaltung hinein. Macht er. Hello! Wie, mein Gott! Aber ich sage, bist du nicht ruhig, wo die merken, dass du voll gesoffen bist? Bin ich voll gesoffen! Ja! Warum will ich an ihr rauskommen? So tippse da! So tippse da! Ja, wer kreischt denn das auch da rum? Bei uns wird nicht gekriegt! Aber ich denke, habe ich verloren. Jetzt ist es passiert! Dann hat sie gesagt, ich will mal rennen! Ich seh kommen! Dann hat sie gesagt, Katsche, euer Ausweis dabei! Ja! Da unten! Dann hat sie gesagt, Katsche, euer Ausweis dabei! Dann habe ich gesagt, du bist ein Gelbein, oder immer ich! Aha! Aschne! Hab ich vergessen, der Helm! Dann hat sie gesagt, ja, was machen wir denn jetzt mit Ihnen? Was sind sie denn allein so in Zimmerle? Aha! Zevin und der Sperer kommt da raus und hat seinen Schein noch! Ja! Ich lebe! Fatsche! Alles erledigt! Wie hat er das angestellt? Da habe ich eine Frage! Ja! Dann hat er gesagt, sie hat zu gesagt, hat er das Helm aufgemacht, die Horden fallen auf der Brüche, sind grob, dann klebt sie sind, dass er halt gedunglich und dann kriegt er seine Rente! Aha! Aber ich sagte, ja unten, hat er gesagt, ich hab's gemacht, das Helm aufgemacht, und dann hat sie mir meinen Rentes Bescheid gegeben, dann hab ich gesagt, du Blöder, gut, du Blöder! Aber du, da ihr ja jetzt beide schon Rente sind, ich pack's ja noch ein bissl, wie ist denn so, wenn mein Rente hat, geht da noch was? Glaubt's da noch? Läuft doch was? Meinst du jetzt, dass sie wenigst, oder? Nein! Da muss ich doch vorbereiten! Da läuft überhaupt nichts mehr! Oh lieber Gott! Da ist eine tolle Hose! Du, da musst du ein bissl reizen! Ja, du kommst! Weißt du, wenn man gesagt hat, hab ich mal alles verloren! Huck ich oben zu, auf meiner Couch, hast du mir Kataloge gefunden? Ja, meine Lieblingsbeschäftigung, Kataloge gefunden! Na gut, hab ich, oh, hab ich den Katalog gefunden! Hab ich, lauter rein, zwisch war du ihn! Ja gut! Hab ich gedacht, oh, mit so einem Mist, da kennst du doch jetzt mal noch was! Hab ich gesagt, See, wie wär's denn? Wann ich mal was schicke los, wo ich oben ausziehe? Bevor wir wieder und schlafen gehen! Ja, und was hab ich gesagt? Ah, die Saftkatsche, hätt ich jetzt auch gepissen! Aber was ist, was sind die Unterschiede? Meine, da ist mein Glop, da renovieren von unten bis oben Von unten bis oben Was? Ah, da schafft bloß! Renovieren! Da haben's da unser Haus renoviert! Nichts wie wenn renoviert! Stell dir vor, da hat's sogar die kleine Degelstränge im Bad! Ja! Was hat er? Den kleine Degelstränge im Bad! Ah, das tritt ich doch im Leben nicht auf deinem Plastikzeichen an! So, wenn du sagst, ich unbedingt aufs Klo gemissen, nein, mich drauf gesetzt, da war ich guckt, noch unsere Gläser dabei, ich hab mir da aufstehen, da geht nix, hab ich mir drauf, schaff ich da rein und helf mir von dem Klo, da hat er gesagt, boah, weh, da geht nix, hab ich sag, alle Schrauben gesieser, schraubt's ab und fahr mich da nicht mehr zum Koch. So, er wird schon was haben, ja nun, abgeschraubt, mischt mich in den Teppich rein ins Auto, lieber zum Kopf, gleich vor dem Empfang, hab ich gesagt, ich kann heute nicht in das Sprechzimmer, ich muss gleich in das grosse Zimmer hinein und dann, hab ich ein Stück hoch reingommen, da hat er gesagt, boah, ich fahr weg, hab ich dann zur Fähigkeit, hab ich mein Teppich weggemacht und hab mich so voneinander gestellt. Der hat sich mal kaputt gelacht, also der sagte mal, ja, wieso lachen kann sie jetzt so, dass du irgendwie groß genug, haben sie doch keiner mich an Arsch gesehnen, da hat er gesagt, doch, boah, wir sollen doch keiner weiter antworten. Ich renommere nix, ich mach nix, wie viel zu renommieren, ich mach lieber in Urlaub. Ah ja, alle Jahre mach ich meinen Urlaub. Du, ich war sogar auf der AIDA, mit dem Traumschiff bin ich gefahren. Ah ja, ja, also, und du, soll ich dir mal was sagen, die haben sogar einen Deckoffizier gehabt. Ach, ich wollte nur zählen, die denken an alles. Ach du, du, und dein Käpt'n, dein Käpt'n, das war ein schöner Moment. Mein lieber, ach, ich denke, ich bin ja total genug. Hallo, Obed, sind Sie gekommen mit den Stöller-Spritzer? Und dein Käpt'n hat sich zu mir an den Tisch gekauft. Aha. Dann hat er mich angehüllt. Aha. Dann ist er mit mir auf das Tanzfläch gegangen. Aha. Dann haben wir getanzt. Ja, ja. Ja. Und dann hat er gesagt, oh, ich dann gesagt habe, ich muss jetzt in mein Bett. Dann hat er gesagt, darf ich mit Ihnen, Frau Kotsche? Na, die sagt, nee, ich hab nur meine Sitte. Den nächsten Abend, wir weiss alles selber. Und dann haben wir, Kupfer, Kupfer, alles bezahlt. Champagner, Rosen hat er mal gebraten und die haben wir gedänzelt. Und ich habe gesagt, so, jetzt muss ich wer in mein Bett. Dann hat er gesagt, Katsche, darf ich heute Abend mit dir in die... Dann habe ich gesagt, nee, ich hab doch meine Sitte, ich bin doch katholisch. Ja, und dann bin ich schon da, war er dann ein bisschen selber. Dann hat er eigentlich wieder Kupfer und hat mich halt umworben und hat mir alles gemacht. Dann hat er gesagt, jetzt muss ich in mein Bett. Dann hat er gesagt, Katsche, wann ich heute Abend nicht mit dein Erf in deine Koje. Du isst ganze Schiffe versenken. Ja, Gott, ja, Katsche, was hast du denn gemacht? Oh, weh, ich hab 1500 Menschen ins Leben gerettet. Und ich habe mal gesagt, ich habe mir noch keine Reise. Uff, 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 ja, man weiß nicht, wie leuchtet es. Weil, ich sag mal, ist das bei dir nicht so? Also, unser Kinder und unser Eltern, die stellen ansprechen. Aber, mein, ja, ach, das ist schon voll nicht mehr auszuwollen. Du brauchst schon 303-Walt-Rente? Und du, dein, wie so ein, äh, ein Smallphone oder so? Was? So, 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 so ein Telefon und ein Kabel. Und du, mein, ja, ja. Ja, und du, dich, auch mal, ich guck' und hat gesagt, Oma, ich will ein Computer. Ein Computer? Und du bist mit Schwierig geblieben, fast reise. Also, früher war das ganz anders. Ich kann mich gut entziehen, wie ich eine Mädel von 12 Jahren alt war. Ich habe mich so gefreut. Ich habe das Weihnachten von Christen in den Fahrrädern gekriegt. In den Fahrrädern? Ja, ich bin im Insel. Was meinst du? Ich bin im Insel. Was ist denn das? Das habe ich dann gleich ausprobiert. Und dann kommt so ein Polizist und so ein Gaul gerückt. Ja, spinnst du ein bisschen? Um ein Gaul? Ich habe es dann noch ein Gaul gegeben. Also früher. Dann hat er gesagt, Mäd, steig mal ab. Dann hat er gesagt, hast du das Fahrräder vom Christen gekriegt? Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, sag mal du im Christen in den Schienengruß. Er sollt er nächstes Mal hinten in den Strahlen dran machen. Oh? Dann habe ich gedacht. Warte mal alleweil. Dann habe ich gesagt, hallo Herr Polizist, hätten Sie Ihre Gaul vom Christen gekriegt? Dann hat er gesagt, ja, Mäd, warum? Dann hat er gesagt, sag mal du im Christen in den Schienengruß. Er sollt ihr das Arschloch vom Gaul aber nächstes hinten alle machen und nicht oben drauf setzen. 찜igمة Lief 2 5 5 5 6 5 7 7 5 Nur immer gleich, ja. Also, finde mal ein Lied, das muss man singen, so gemacht. Ja, ja? Geh nix, ja? Macht ihr immer drauf? So ist es, so war es, und wird es immer sein. Der MGV von Forstland, und wir sind mit dabei. Vor langer Zeit, wir waren jung und herrlich unbeschwert. Das erste Lied, ein Tagsgarten, da war's kein Tag passiert. Jetzt sind wir beide Eltern schon, doch gehn dir unser Wort. So ist es, so war es, und wird es immer sein. Der MGV von Forstland, und wir sind mit dabei. Ja, so ist es, so war es, und wird es immer sein. Der MGV von Forstland, und wir sind mit dabei. Der MGV von Forstland, und wir sind mit dabei. Der MGV von Forstland, und wir sind mit dabei. Der MGV von Forstland, und wir sind mit dabei. Ja, so ist es, so war es und wird es immer sein, der FDV Papas macht und wir sind mit dabei. Ja, so ist es, so war es und wird es immer sein, der FDV Papas macht und wir sind mit dabei. Ja, so ist es, so war es und wird es immer sein, der FDV Papas macht und wir sind mit dabei. Ja, so ist es, so war es und wird es immer sein, der FDV Papas macht und wir sind mit dabei. Wie genannt, wie genannt, wie genannt. Ich hatte mal ein bekannter Fußballer gesagt, jetzt wäre es eine Super-Trio. Also, das schmeckt so. Also, phänomenal, woher ich glaube, ich wünsche Alarmstufe, Feuerrot, steckige Sachen. Aber ich seh jetzt euch vor, die erdiger Deutscher, die Katsche. Und unser Bobitz, die Kieferin. Hallo, ähm. Ja, ich glaube, ich kann schon etwas sagen. Katsche, hä? Huch, komm mal so, na? Huh, äh. Wie, dass ich ein Pid vielleicht kriege? Ja? Huh, äh. Ähm und da, lässt mich schon zu einem Bruch beweilen. Oh, oh. Kannst du weisschen, was das ist? Äh, äh. Ähm, dass ich dich ausslich. Huch, äh, äh. Bade, rieb mich noch auf ein paar Spiele. Ja, aber geh jetzt mal vor. Im Pistis, So war es und wird es immer sein, der NGV war fast nah und wir sind nicht dabei. Vor langer Zeit, wir waren jung und herrlich unbeschwert, das erste Leben einfachst nachzut, da war's einfach passiert. Jetzt sind wir beide etwa schon, doch gebt ihr unser Wort. Das Fasnacht geht in unser Tanz, das bleibt für immer noch. Ja, so ist es, so war es und wird es immer sein, der NGV war fast nah und wir sind nicht dabei. Ja, so ist es, so war es und wird es immer sein, der NGV war fast nah und wir sind nicht dabei. Jetzt kommen wir zu einer Darbindung, die absolute, absolute Konzentration... Also sind wir bei uns überехten, der NGV war fast noch. So war es, über den NGV war fast noch. Wir haben einen Rally. Der NGV war fast noch, bis zur NGV war fast. Taa B ist ein Richtigeser, ja, wenn wir sicher sind, das ganz nah sind. die über die NGV war fast noch. Und dann den NGV war so. Vielen Dank.